Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge, Resident Evil 4 das Remake und ja im letzten Part haben wir dann hier aufgehört, wir sind jetzt leider hier nochmal gestorben und ja dann gibt es hier nochmal hin und schauen was wir es mal schaffen, die Karte haben wir eh schon gesehen, warte ich könnte hier mal wirklich so direkt drauf gehen na scheiße ja dann will ich sagen wir hol mal äh deck die Genate hier raus das war glaube ich ganz gut schießen wir nochmal drauf keine Mutation mehr leider jetzt wäre ich die Schautgang ganz gut ah der mutiert wieder boah das kann wieder tausende Gegner rein scheiße oh fuck man alter ne glamour die Krübe der mutiert natürlich wieder ah warte die eine schon tot oder was alter nein ach fuck ok warte ich heim mich wieder direkt und dann brauche ich jetzt naja ich habe nix mehr ok war ein Bolzenwerfer noch scheiße nein 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 boah ich darf mich nicht treffen nein 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 boah bitte nicht renn weiter ok ich hab keinen Bock jetzt hier nochmal zu sterben rindgenarte komm weg komm ich sie jetzt wieder draussen schnell hin stich sie auf haben wir alter da kommt da auch einer ich glaube sonst sind alle tot oder wo kommt denn jetzt einfach mal hier boah nein dann auch alter fuck boah sag ich dir mutiert jetzt wieder alter so ne scheiß was mit nein ey das ist es gibt es ja nicht wie viele Gegner sind denn jetzt hier man boah fuck die sich gerade ab wer ist tot den stechen wir ab boah ok da kommt noch einer ich dachte das war es jetzt endlich mal nein alter verpinnst dich man war das jetzt bitte alle boah alter so viele gegner jetzt hier okay so cool haben wir auch bekommen okay achst du das ist für dieses tor oder was schätze ich mal okay dann habe ich habe leider kein grünes code zu kombinieren danke dann hat hier ganze munition verloren bei der schau sie schaut können für die mp eine blind genaut haben wir noch also wirklich die tür ok warte mal komme ich da was ich komme nämlich rosa ok dann hier nochmal hin ok karte aktualisiert checkpoint hat die schon mal kurz auf die mp ok da müssen wir hin ok da hat er so aus drin dann muss man wir müssen hier rein zum glück mal niemand drin bis zum motion das ist auch eine blenden granate sonne schlecht und flinden munition sehr gut und nochmal zehn kugeln für die pistole schießpulver fünf mal kann ich vielleicht mal was herstellen oder so was geht jetzt sogar hatte wir haben jetzt da aber der pistole ja ich genug munition dann stelle ich mal flinden munition her was für die shotgun ja dann hier mal und das war sehen dann aber das neue kugeln und dann nochmal 30 ok ok Okay. Ashley! Leo! Sie muss gereinigt werden. Ashley! Lauf! Alter Scheiße, Mann! Ich meine, Schaden kann ich dem ja irgendwie nicht zufügen, ne? Boah, was? Nein! Steh auf! Ey, was, willst du mich verarschen? Was soll ich da machen? Nein, ich bin doch eh tot. Geil. Hä, warum, warum ist er, hä, warum... Ist er vor allem auf dem Boden gelegen? Okay, nochmal. Einfach direkt wegrennen, oder? Äh, ja... Man kann keinen Schaden zufügen. Warte, hab ich jetzt... Meine ganze Munition... Okay, das passt eh. Da springen wir wieder. Und dann, komm, rennen, 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 rennen. Warte mal, ah, jetzt kriecht der gar nicht rein schon, oder? Ignorier sie einfach! Einfach dumm rennen. Das war geil. Ah, verpiss dich, Mann! Scheiße! Dann hier weiter. Also... Was ist? Ich steck fest! Wir müssen weg! Oh! Nicht im Ernst! Ich hab... Anlauf! Anlauf! Ah. Dann... Anlauf! Okay, war tatsächlich wirklich so schwer. Warte, was steht da? Kein Zutritt. Geld und Schießpulver, da ist wieder der Händler. Warte mal, das ist glaube ich eh nix mehr. Ah doch, Pistole-Munition. Da musst du dann wahrscheinlich weiter. Okay, dann schauen wir mal Wink rein. Tauschen, wir haben einen von den Kistallen so. Aber der bringt mir nix. Verkaufen, Kelch der Buße. Achso, warte mal, da könnte ich irgendwelche Diamanten drauf geben oder so. Äh, warte mal hier. Der Segelstein halt. Der kommt da hin. Aber warte, welche bringt den am meisten? Warte mal. Achso, normalerweise bringt der 7000. Na, bestätigen, du. Hä? Warum? Na, jetzt geht's. Dann geht das nicht. Achso, die Form passt dir gar nicht. Brauche ich so einen viergegen Edelstein. Okay, dann... ...bringt jetzt 12.000. Das bringt 7.000. Der bringt vier und der bringt 7.000 nochmal. Wie du meinst, Willkommen. Verkaufen. So, 30.000 bekommen wir insgesamt. Danke. Ja, sonst hab ich eh nix. Okay, dann reparier ich mal direkt mal ein Messer. Boah, Alter, so eine Shotgun wäre echt geil. Oder hier so ein Gewehr. Ich weiß ja nicht. Repartiergewehr, das für Schuss auf große Distanz ausgelegt ist. Hm, ich bin mal nicht sicher. Vielleicht könnte ich ja alles holen eigentlich. Pistole da, wäre auch gut. Ja, ich bin mal echt nicht sicher. Und die Shotgun hier wäre natürlich auch geil. Äh, das ist Beis auf Stufe 2. Da kann ich nochmal mit der Angriffskraft nach oben gehen. Aber dann, naja, das ist schon ziemlich teuer. Da haben wir auch alles auf Stufe 2. Da habe ich die Nachladegeschwindigkeit nochmal. Und das ist auch alles auf Stufe 2. Dann kommt das nochmal nach oben. Dann eine Pistole auf mir für die Angriffskraft. Weil das lohnt sich jetzt schon. Und eine Sache könnte ich noch holen. Bolzenwerfer verwendet ich gerade nicht wirklich. Vielleicht mit der Shotgun oder irgendwas. Nachladegeschwindigkeit wäre eigentlich auch ganz cool. Oder halt die Magazingröße. Ach so, warte, das ist ja auch schon auf Stufe 3. Oder beim Messer auch die Haltbarkeit. Da wohl, das passt dann hier. Dann gehe ich da auch noch mit der Nachladegeschwindigkeit drauf. Und ja, das war's eh schon. Dann gehen wir da kurz hin und speichern mal. Okay, und dann geht's hier weiter. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Rotes Kot. Und dann geht's. Oh Gott, du bist ein beschissener Missionar, weißt du das? Oh Allmächtiger, gebt mir die Kraft, eure Feinde zu zerquetschen. Leck mich doch. Ashley, weg! Okay. Hasta luego. Oh, was ist denn das? Alter. Was hab ich auch noch nicht gesehen? Ey, scheiße, Mann, was hab ich gegenüber tun? Hat der immer ne Schwachstelle oder so? Schaut gern. Die haben auch nie auf den Schäden schießen da unten. Boah. Achso, warte mal, ausreichend kann ich so? Oder krieg ich ja auf? Ah, Blenkenautor, was ist da? Küchenmesser. Ja, komm. Oh, guck mal, das muss was bewirkt haben. Wie du, wie du doch bist. Warte, ich geh wieder auf, wieso? Fuck, nein. Warte, muss ich halt, ich bin nicht tot. Ah, was kann ich hier auch nicht was kombinieren? Also, warte mal hier, herstellen. Da. Benutzen. Okay, so ein Erste-Hilfe-Spray hab ich ja eh nicht mehr. Warte, ist noch ne Kiste. Nein, lass mich doch los, Mann. Stell auf. Alter, lass mich doch los, Mann. Das hab ich ja eh geblockt. Da, der drauf geht, ne Messer. Alter, das kann ich ja... Boah, scheiße, Mann. Boah, das kann ich ja nicht mehr werfen. Ich muss da auf. Boah. Geh da auf. Wo ist er? Da hinten immer noch. Ja, es ist gut. Nein, ah, jetzt spielt der da runter. Boah, scheiße, scheiße, scheiße. Gleich wieder so ein Fass nehmen. Nein, da muss ich weg. Ja, jetzt kommt er da her. Ja, komm, wir drauf. Dann gehen wir wieder da wieder drauf. Nein. Boah. Okay, ich brauch wieder was zum Hallen. Ne, hab ich dann aber leider nicht. Komm, auf die Feste, auf die Feste. Nein. Ja, geil. Das ist aber schon sehr knapp gerade. Okay, nachladen. Ich dachte schon, meine Motion ist aus. Nein, scheiße. Aber ich hoffe, der verrückt bald. Nein. Nein. Warte mal, kann ich nicht dein Auge mitnehmen oder so? Ah ok Warte, wie komme ich da raus? Achso, das ist das Fenster Ok, ist aber ein geiler Kampf Ich werde mich doch nicht in eine von denen verwandeln, oder? Nein, dafür sorge ich Versprochen Ok, aber ja gut, wir sagen, das ist uns jetzt erstmal mit der Folge, ich hoffe es gefallen, bis zum nächsten Mal und tschüss Ok, bis zum nächsten Mal und tschüss